Ja, dass uns der Polarwirbel dieses Jahr noch Ärger machen würde, das wussten wir schon. Aber was jetzt prognostiziert wird, könnte sich zur schwersten Schneelage der letzten 10 Jahre oder sogar mehr entwickeln. Denn es kommt eiskalte Luft nach Deutschland und nach Mitteleuropa. Mehrere Wettermodelle zeigen das jetzt an für Mitte, Ende nächster Woche. So, damit kommt massive Kaltluft zu uns, denn der Polarwirbel, der wird zerbrechen. So, und das heißt, Kaltluft flutet nicht nur Mitteleuropa, sondern vielleicht auch dringt bis zu den britischen Inseln vor, vielleicht sogar bis nach Spanien. Nicht nur in Europa wird es kalt, sondern auch in Asien gibt es einen Wintereinbruch. Und darüber hinaus gleichzeitig auch noch in Nordamerika, da gibt es dann einen heftigen Blizzard. So, was heißt das jetzt aber für uns? Das Problem ist, dass Kaltluft gleichzeitig auf sehr warme Luft aus Süden trifft. Das könnte sich sogar 5B-artig entwickeln, also warme Luft aus Süden trifft, auf kalte Luft im Norden. Das heißt, es gibt sehr viel Schnee. Man mag ja gar kaum noch sagen, also man mag es kaum vorlesen, was die Modelle so prognostizieren. Ein halber Meter Schneefall oder sogar mehr in Deutschland, im Tiefland, ist möglich. Die einzige Frage ist noch, wo wird der Schnee fallen? Entweder im Norden oder in der Mitte und im Süden. Das ist noch nicht ganz klar. Dass aber viel Schnee kommt, davon müssen wir mal ausgehen. Im Übrigen könnte es zum Beispiel auch in London 20 cm Schnee geben, also davon ganz abgesehen. Also, es kommt eine extreme Schneelage auf uns zu nächste Woche. Wir wissen noch nicht genau, wie lange das anhalten wird. Das können wenige Tage sein oder auch mehrere Wochen. Das wird sich erst in den nächsten Tagen hoffentlich klären. Auf jeden Fall sollten wir uns darauf einstellen, dass der Winter nicht vorbei ist. Der härteste Abschnitt des Winters kommt wahrscheinlich erst auf uns zu. Die besten Feuersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weiser.com Bis zum nächsten Mal.